Und wir haben Bernd Streitberger mal gefragt, ob der Klingelpützpark jetzt tatsächlich zugebaut werden soll. Niemand hat zu keiner Zeit vorgehabt, den Park zuzubauen. Das war sozusagen nie Gegenstand der Planung. Aber die Frage ist, können Parkflächen in Anspruch genommen werden und wenn ja, in welchem Umfang, welche Intensität? Das ist ja ein weit verbreiteter Irrtum, dass wir diesen Park bebauen wollen. Und dass da möglicherweise geringe Teile der grünen Fläche in Anspruch genommen werden, das ist richtig, ja. Ich sag mal, die Vehemenz und die Wucht dieser Bürgerproteste hat mich sehr überrascht, muss ich sagen.